Jut, alles klar. Dann gerade. Ja, gerade. Check. Dann fang ich an. Jut. Keep. Dann go. Delta, fetch, baju. Jawohl. Was steht da unten? Ist der, wo der signiert wurde? Das ist Arcade Post, ja. Ja, aber der steht am Ort, oder was? Ja, ich kann es sogar nicht lesen. Hm. Naja. Ja, fand ich ganz cool. Ja. Sowieso fort. Fade to find. Fade to find, ja. Ich hatte als ich hingestellt habe ich das gar nicht gesehen, dass da signed stand. Hm, echt nicht. Interessant. Ja. 11.01.19. Ja, dann go. Dann go. Okay. Ähm. Tja. Cascade Bluffs, go. Jetzt passiert es. Jetzt geht's los. Ja. Jo. Jo. Ja, draw. Ja. Ähm. Urborg. Finde ich auch. Dann go. Ray Han. Ja doch. Komm mit. Jo. Drei. Okay. Ja. Hm. Was soll jetzt denn er? Mhm. So. Hm. Aha. Tja. Swamp. Und der Menschen. Happens. Dann go. Und auf der Anfang. Jo. Trio. Jo. Hm. Trio. Trio. Tja. Jo. Tja. Rudet. Westchen. Mhm. Tim na? Jo. Go. Go. Dann schon mal. Ähm. Chandra. Ja. Minus drei. Und dann bist du dran. Anna. Anna Confluence. Puls. Jo. Starker. Starker Auftritt. Draw. Land. Handkarten. Ja. Drei. Ja. Tja. Du vier. Warte. Äh. Ja. Dann go. Jo. Ja. Jetzt passiert's. Nein, nein, nein. Äh. Geht denn da so? Okay. Äh. Ja. Äh. Äh. Target garok. Sehr gut. Resolved. Resolved. Crew the Ship Crew. Ja. Response Abraid. Auf deinen Smuggled Man. Jo. Danke. Ja. Damit hab ich noch nicht gespielt, ne? Hm. Wer hat denn angefangen? Ich? Ich hab aber gemisst. Na ja erstmal nicht. Hast du ein Damage genommen? Ne. Cool. Ähm. Jo. Handkarten 2. Ja. Okay. Smuggled Man. Smuggled Man. Ich glaub ich hab mir gefühlt noch nie mit dem Eimer angegriffen. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich kann hier... Smugglers Beste. Smugglers Beste. Ähm. Draw. Ja. Hm. Lunch. 2 an Karten Kerstin So Agreed in Galop Go End of turn Oh nein End of turn Ein Klassiker Stillen hoch war das Mehr Länder Ja Ist wichtig Hab ich gehört Ich hab weiß nicht Jo, dann draw Ja Angriff Genau All in Für viel Leben Ja Dann kam 2 2, ja Ja Das war's Oh, jetzt geht's los Jo Resolved Komet Ja Los Trigger Jo Thinking 10 Hatte ich mir schon abgezogen? Nee Klatsch 40s Ach, dann auch noch Ey Gut Rollik Bedevil Und Flameslash Boah Deine alte koste ich 7 6 6 Tja Müssen wir den Kack schon nehmen, na? So cheap ist die nicht Wie du denkst Na, du bist ja auch an Karten Boah, fuck Classic woman Ja gut, wenn du die zockst, dann kannst du den umsonst spielen Hm, that's the plan Ja, eben Das ist halt das Das war ein Spiel Das ist the plan We got it Ja Mega nervig Ja Ja, klar Hast du schon Gedenkst hier Ja, ne? Ja, ja Danke Ähm, ja Dann, Jo Eine Ankara Da Das pro times Filterband, ne? Manchmal proben wir es nicht an richtig, ne? Schlimm. Wir rösten mal die Tymna hier mit einem Stomp und dann spielen wir mal den Crusher Giant. Crusher, 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 Wesley Crusher. Go. 4-3, ne? Yes. Ist ne Bank. Die kannst du auch umsonst aus dem Friedrichspiel, ne? Wenn Cass liegt, ja. Ja. Ah. Ja, gut. Zähne, lasst hier überhaupt liegen. Jo. Scusi. Jo. Sehr gut. Darf ich mal die Logi machen? Kreaturen zählen. Gut. Deal. Ja. Block. Go. Okay. Ich hab zwei Stück gezählt. Zwei? Ja. Ja. Ne. Eine Handkarte. Tymna koste ich drölf. Sieben? Ja. Draw. Ja. Ja. Ja, ist alles nicht so schwer, aber Martha ist vor Blockers, oder wie sagt man? Mhm. Rapp. Mhm. Stomp. Muss ich auch 4 gehen, ne? Mhm. Boah, fuck. Ja. Tough times. Tough times, ja. Richtig, tough times. Den willst du nicht, willst du 2 Schaden kriegen durch den Trigger? Ja, ja. Gut. Jo. Tod. Tod dem Toaster. Wie viel Grün hast du? Eine Menge Grün. Okay. Du bist auf 6. Handkartenfrei, ne? Das war natürlich auch die letzte Handkarte. Natürlich. Ähm. Ja, ne? Dann würdest du wahrscheinlich den Mampfen. Ja. Bedevil. Auf den Wuss. Machen wir es jetzt. Ja, ja. Dann würd ich mir nochmal 2 Hunde machen. Mhm. Dann würd ich deinen Bruder. Dingen Giant, oder was? Ja, ich würd hier grad. Ich bin auf 6, ne? Boah. 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 Na, der Männchen will zunehmen. Komm. Ich komm, dass das zu tun ist. Ja, da bin ich auch lange nicht. Hey, ich esse mal den Dicken. Okay. 7. Da hab ich noch ein grünes. Da hast du noch Spells näher. Der Männchen Chandra. Der Männchen Chandra. Okay, ich hab 8. 8. 6. Was ist das? 2 Turns. Ich esse noch ein A1. Ja, gehst du auf. 8. Okay. Thundon Resolved. Okay. Jut. Na gut, dann flimmst du auch schon mal den. Na klar. Fass ich ab. Ne, kann ich doch, kann ich doch. Muss ich auch. Sehr viel Mana für tappen. Mhm. Dann go. Ja. Awkward Mana ist awkward. Das nervt mich so, ne? Juh. Da ist er wieder. Steve. Dann go. Tja. Ich bin auf 15, weil die ist ja eigentlich healthy, ne? Mhm. Eine Handkarte. Ähm. Ich spiel mal ein Islet und cycle das. Ja. Ja. Opfer mal eine Kreatur bitte. Freig. Und dann go. Ja. Ja. Keep ballin'. Ja klar. Okay. Danke auch. Drop. Handkarten 2. Mhm. Du bist auf 8. Ja. Du bist auf 8. Du bist auf 8. Ja. Du bist auf 8. Du bist auf 8. Ja genau. Timna kostet dich. Aussiegen. Puh. Können wir mal machen, ne? Ja, abdeckern. Ja. Ja. Äh. Ja. Ja. Mal kurz überlegen. Äh. Go. Ja. Mach mal. Mal gucken, was passiert. 3. Ja. 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 Weiß ich nicht. Hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ja. Zwei Handkarten. Mhm. Ah. Ja. 3 an allen Kreaturen. Mhm. Die wollte ich halt eigentlich für 6 auf dich, ne? Aber weiß ich nicht. Die kriegte ich nicht so weit, dass das gut wäre. Ähm. Go. Mann, hast du ja, ne? 8 oder was? 8, ja. Okay. Go. Mhm. Handkarten? Ach. Ich wollte eigentlich Timna spielen können. Ja, ja. Ja, ich hab schon gezogen. Handkarten 2. Mhm. Hm. Ich trau mich halt auch nicht, die einfach hinzulegen, ne? Go. Ich find schon. Vielleicht find ich irgendwann mal was. Mhm. Tja, du hast Handkarten dabei. Mittlerweile. Mhm. Tja, was soll ich tun, ne? 4. 7. Zünger. Mhm. Mannerlich. Kann ich nicht bezahlen. Nee. Heute nicht, ne? Nein. Wir haben ja davon. Ja, sicher. Und Drawer. Ja. Land. Go. Und Drawer. Und K. Bitte? 2. Ja. Und K. Die sind natürlich stabil. Stabilo. 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 Zwei Handkarten immer noch, ne? Machen wir hier einen Counterspell. Mhm. Eine. Eine. Eine mächtige. Oh. 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 Ja. 6 kostet ich dir, Alter. Ja. Verlenn ich für 4? Ja. 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 Sehr gut. Und dann macht er so Escape. Und danach macht er da da. Und dann Fight. Und Escape bei 6. Joa. Kann man mal machen, ne? Ja. Ähm. Ja gut. Fetch. Ja. Also du gibst ab. Ja, ich gebe ab. Dements bestimmt irgendwo. Ja. Wenigstens hat er keinen Haste. Nee. Aber Kösti, wie es jetzt versuchen wir auch. Kösti, wie es jetzt versuchen wir auch. Kösti, wie es jetzt versuchen wir auch. Ja. Und was passiert, wenn der Escape? Dann kriegt er irgendwie mehr Malen. 12 Malen kommt er dann. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Und Escape kostet dich? 6. Und Fight kostet dann nochmal 3. Okay. Ja. 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 Aha. Ja, das war jetzt nicht so ganz das, was ich wollte. Aber wann bekommt man das schon mal, ne? Go. Ja. Am Kahn? 2. 2. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Mhm. 2. 4. Natürlich, hast du den auch noch. Okay. Ja. Resolved. Combat. Beginning of Combat. Tappen wir den erstmal weg. Ganz unspektakulär. Ziehen die Karte. Und den terminaten wir noch. Jawohl. Jo. Das war mein Move. Das meinst du? Ja. 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 Dann Liliana, Sek, und dann spielen wir noch eine Strix und ziehen eine Karte. Eine Handkarte, dann werf die Manu ab, dann müssen wir uns pushen, dann go, dann draw, bring it on, da kommt er, dann brauchen wir erst noch ein paar Würfel. 2, 4, 5, 6, willst du sehen? Ja, ist schon gut. 2, 4, 6, jawoll, da kommt er rein. 12, 12, gar kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann habe ich noch einen Boyuka-Rot für deinen Friedhof. Ah, sehr gut. Der war natürlich jetzt timely. Oh Mann, dann ziehe ich eine Karte. 12. Boah, 12, 12. Hm. Das ist schon sick. Das ist viel, aber trampelt der oder was macht der so? Nee, der fightet. Der fightet halt. Ich bin auf 11. Tja. Gut. Das ist blood times. Äh. Wie viel kostet das? Ähm. Fünf. Zwölf. Zwölf. Ja, ich mach mal hier. Gott Eternals. 4 Schaden auf den Dude. Ja. Krieg 4 Leben. Mill meine 4. Und krieg hier so ein 4-4er Token. Mhm. Sonst war er nicht tot. 4 Schadenspunkte kriegt er? Ja, ja. Dann werden die verhindert. Und dann... Achso, ja, okay. Genau, aber... Okay, werden die verhindert oder wie läuft das genau? Mhm. Und dann werden dafür die Marken. Would it be dead? Und dann werden so viele Marken entfernt. Achso, okay. Moment. Ja, dann krieg ich keine Leben. Dann ist er aber immerhin nicht deadly. Dann bleib ich auf 11. Ja. Krieg hier so ein Token. Mhm. Und Mill 4. Ja. Vielleicht. Haha. Gut. Ähm. Ja. Und dann Discard. Und so. Ja, sicher. Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir machen. 4-4 ist der, ne? Das ist ein 4-4er, genau. Ja. Ja. Aber den kannst du ja rösten. Das ich ja überleg gerade, ob ich den jetzt enden muss. Rösti. Ja. Dann hab ich noch einen 4-4er. Ja, machen wir. Ja. Okay. Dann draw. Ja. Ja, bitte. Ja, gut dann. Ja. Müssen wir das so machen. Gut. Kosten beide 9. Ja, dann bezahl mal. Steuern. Steuern eintreiben. Boah. 9 für. Mehr netzige. Ja. 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 Ich hab natürlich hier auch nix getroffen für Kess. Draw. Ich bin auf 11. Ja gut. Ich spiel mal Kess. Ja. Ja. Und land. Und dann tu dein bestes. Ja. Schau mal. Mhm. Hm. 3-4er ist die, ne? Yes. Alles schon gut, Polucanus, der macht schon vieles. Ja gut, viel Gutes. Die kriege ich wenigstens gehandelt, den 1-1er. Ja, auf jeden Fall. Dave Chappelle. Ja. Nein, kommen wir jetzt. Ja, 4, ne? Okay. So, jetzt bitte. Please. Nope. Na gut, jetzt kriegst du wirklich nicht mehr totgefightet. Also, ne, hier ist dann 2. Die kostet mich jetzt 8. Habe ich natürlich auch, genau. Ich glaube, ich schläg dir mal hin. Für 8. Joa. Und dann geb ich ab. Ich bin schon am schwitzen ein bisschen. Das ist natürlich auch ein grindiges Matchup, ne? Jules. Jules. Ja, 4s. Ja, kann durch. Okay. Thinking. Block. Ja, genau. Und du bist auf 8. Ich dachte, ich hätte dich mit der Confluence. Ja. Und dann. Ja. Der Ruß hat dich da leider nochmal rausgezogen. Ja. 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 Okay. Macht Sinn. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich hier jetzt irgendwas übersehe. Ich bin auf 7. Ich bin auf 7. Eine Handkarte. Hast du. Ich bin auf 3. Ich bin auf 3. Bitte kein Remover. Schön Slowroll. Jo. Hm. Ist das denn das noch? Ja klar. Da ist nicht mehr viel Spannendes drin. Wobei Enter the God Influence ist ganz spannend. Die gefällt mir natürlich. Ja. Die gefällt mir. Du machst 4 Schadenspunkte an einem. An der Kreatur. Du kriegst dann so viel Leben, wie ich Schaden gemacht habe. Mhm. Ich kriege hier einen Armeetoken und Mill 4. Kann auch dich melden. Also einen von uns. Kannst du machen. Ja. Kannst du machen. Ist dir gestattet. Mhm. Tja. Ist cool. Ja. Ich hab ja nicht genug Mann und zu fighten. Wieder zu escapen und dann nochmal zu fighten. Pff. Ne. Irgendwas ist nochmal gut. Dann wären es Frauen. Ich würde sagen, der hat schon viel gemacht. Boah. Fuck. Mhm. Vier Schadenspunkte kannst du damit schießen. Ja, genau. Die Frage ist. Die Frage ist, ob ich trotzdem fighten und ihn wieder ins Spiel hole. Mhm. Das würde ja hinhauen. Jaja, das funktioniert. Ja. Dann könnte ich halt auch nächste Runde mit angreifen. Egal ob du Gotti-Turner wegen sich machst oder was. Ja, genau. Muss ich schon wieder abziehen jetzt. Na ja, eben. Dann fight. Ja. Ja. Ähm. Und dann? Dann für 6. Ja. Alles Gute Karten. 6. Ja, schon. Dann komme ich eh nie wieder dran. Na ja, schwierig. Da ist er wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hm. 1 noch offen, ne? Ja. Okay. Ja, das wird ja noch offen. Ja, das wird ja ganz offen. Das wird ja gleich frech. Ja. Die Sache ist die. 2, 7, ich bin auf 3. Gut, ich muss ja irgendwas machen jetzt. Ich meine, du bist auf 5. Angreifen ist wahrscheinlich eine blöde Idee. So, ich würde dann auf 7 gehen, hätte theoretisch einen Token. Na gut, der ist schon echt heftig dann. Dann ist er auf 15. Wenn du zweimal fightest, wenn du zweimal fighten würdest, dann wäre er auf 8 und ich bin auf 7. Dann bin ich Heu. Dann ist Ende. Habe ich irgendwas im Grave, was ich aus dem Grave spielen kann? Ich meine, wir können es ja mal probieren. Ja gut, ich... Oder mal, wenn ich das auf den mache, dann verbehinderst du das. Dann ist der 8, 8. Du kriegst kein Leben. Ich krieg vor allem kein Leben. Dann sind die eh beide deadly. Ja gut, dann hier, ne? Ja gut, dann. Checker. Klar. 0,4. Ja. Ich glaube den. Oh, 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 oh. Gute Sachen. Yes. Go. Mhm. Einen? Ja. Die Gute. Mhm. Mhm. Das hätte ich auch mal eher ziehen können. Was denn? Ja, die tut so zum Beispiel. Der wäre ganz angenehm gewesen. Ja. Ja. Ja, gut. Veit? Mhm. Du bist auf 7. Ich bin auf 7, ja. Das wäre halt genau 7, ne? Ja. In der Tat. Ja. Dann nochmal 5. Ja. Komm mit. Jo. Land. Wissenrot noch. Boah. Okay. 1-0. Ja. Gar kein Problem. Boah. Warte, Mensch. Gut. Wir haben schon viel von unserem Deck gesehen in den Spielen. Mhm. Ja, aber das ist, ne? Sobald du irgendwie nicht wirklich relevante Karten findest für Cass, ist es schwierig. Ja. Wenn sie einfach nur, ich meine, das ist einfach nur ein teurer 3-4er. Ja. Das war ein bisschen enttäuschend. Ja. Ja, das Buja-Babock war echt. Das war mega gut, ja. Zumal du das nach dem Mind-Twist ja getop deckt hast, ne? Ja. Ja, kann man machen. Wird eine lange Aufnahme. Stellt 3 Stunden. 2 Stunden. Ja. Ja gut, ich meine, wie gesagt, ist halt auch ziemlich übel die beiden Decks gegeneinander. Mhm. Das hat zwar ja krisige Grind-Haufen, ne? Gut, dann fange ich nochmal an. Ja. Ich hatte aber auch blödes Mana, muss man dazu sagen. Also ich hatte ja, äh... Mhm. Ich hatte den Swamp auf der Starthand und den Urbau und den Command Tower. Ja. Dadurch fehlte mir halt lange Multiple Red, ne? Also ich hatte immer nur ein nicht schwarzes Mana, ne? Ja. Ja, dein Urbau hat mir natürlich viel geholfen, weil die Konferenz dann immer für Leute ohne Live-Loss tappen konnte. Ja, ja. Erstmal. Weil ich habe mich ja eigentlich fast immer rausgetappt. Ja, vielleicht hätte das sogar gereicht, ne? Wie gesagt, wenn du zwei Leben weniger gehabt hättest... Definitiv... Ich habe die bestimmt fast jede Runde muss ich die tappen, weil ich... Über dich mal, ich habe die ja für siegen und für neun. Für neun. Ja, die beiden, die haben alles gegeben. Nein, die beiden Schlingel. Ja, das ist gut. Na gut. Okidoki. Dann fange ich an. Mhm. Kieb? Ja. Du auch? Ja. Dann gehen wir doch direkt mal auf neunzehn. Ja. 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 Du hast auch gehalten, ne? Deine sieben. Ok. Fangen wir mal eben. Thor ziehe ich es an. Ja. Ah, jetzt kommt's. Ah ja. Ok. Mana. Finale. Drummoka. So. Fight. Sec Enchantment. Und Sec Enchantment. Counter und Fight, ne? Mhm. Ok. Und Prevent Image. Von dem Spell. Ah ja. Stimmt. Ich nehme mal den Scala. Jo. So. Hey. Das ist gut. Sieben. Dann go. So. Ich lasse mal auf, ne? Jo. So. Aber auch nur die Länder. Ja. Genau. Da ist er. So. Das ist unbekannt. Ja. Hm. Ok. Joa. Langt. Yes. Und go. Angriff. Mhm. Mehr davon. Ja. End of the Unfetch. Mhm. Huiuiuiui. Allmighty Impulse. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Hä. Ups. Okay. Mhm. Dann mach ich mal weiter. Mhm. Dann mach ich mal weiter. Mhm. Mhm. Okay. 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 Ja gut. Ich nehm mal. Ich nehm mal. Floorless. Ups. Ups. Auch nicht schlecht. Und das Ding. Ja. Ja. Mhm. Tja. Gar nicht so einfach. Da hast du auch so viel Angebot. Mhm. Selten. Ja. Ja. Ich nehm mal den finale Buch. Mhm. Ja. Von da. Ja. Da wird ja vielleicht was bei sein. So. Ja. Und wenn wir schon mal dabei sind. Ich bin mal nach Inquisition. Ja. Dann nehm ich jetzt das Maneuver. Jawohl. Und go. Dann end of time. Glaub ich aber auch. Jawohl. Jetzt bist du dran. Ist genug Unsinn angestellt. Ja. Ich hab mir Mühe gegeben. Ja. Dann draw. Jo. Angreif. Genau. Ja oder so. Jo. Dann beats. Jo. Trigger. Ja. 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 Dann machen wir das mal jetzt. Nummer 2. Dann Massen. Ja. 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 Okay. Ja. Ja. Mein Twist für 3. Zufällig? Eine darfst du behalten, genau. Baldi. Okay, Command D Tutor IS Trophy. Alles Gute, Karten. Einen Schlingel hast du noch. Einen Schlingel hat er noch. Land. Go. Reflecting Pool, ne? Ja. Jo. Jo. Tja, mal gucken. Keine Handkarte mehr. Ne. Hm. Ja, ja gut. Äh, Kess. Ponda. Ja. Denk ich. Ja. Bleibt mir auch nicht übrig. Du bist schon nach 10. Ja. Das ist gar kein Problem. Ähm. Hm. Tja. Was ist das denn? Die Möglichkeit. Land habe ich noch keins gelegt, oder? Ne, hab ich nicht. Nein. Äh. Äh. Ja gut. Dann nehme ich die. Und... Go. Ah, der ist schon gut, ey. Der macht wirklich eine gute Figur. Hand für 6. So. Oh. Eine Handkarte. Tja. Ähm. Kess kostet 6. Ja, 4. Ja, ist schön. Der ganze Discard, ne? Macht nur nichts gegen deine Kreaturen. Brainstorm. Ja, ist doch gut. Hilfe? So. Äh. Die ist nicht gut. Ach. Die ist noch schlechter. Zwei zurück. Ja. Eine Handkarte. Ich bin auf 4. Alles nicht so schön. Ähm. Ich terminate mal den Polukranos jetzt. Checker. Oh. Ach, das kann er ja auch. Ich dachte, er kann nur von sich Marken verteilen. Auch von anderen. Ja, okay. Gut. Ja. Ja, gut. Dann bocke ich noch dein Grave. Fair. Und dann gebe ich auf. Ja, der macht's hier. Gutes Spiel. Ja, ne. Ist ja... Aber so oder so. Gut. Gut. Ich hätte auch... Wenn ich ihn getötet hätte... Wäre er... Ja, sehr gut. Wenn ich ihn getötet hätte, wäre er auch stärker geworden. Ja. Ja, ja. Und ich muss, also, ne? Ja. Ich kann den Damage ja nicht nehmen und ich hab halt hier... nichts Spannendes. Ja, sehr gut. Aber Polukranos... GGs. G to the G. Rund. 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 Vielen Dank.